Guckt euch das mal an. Berliner Weihnachtsmarkt in Hellersdorf. Am 29.11.2021. Einlass nur mit 2G-Regel. Seht ihr den Hochbetrieb, der da gerade ist? Die ganzen Leute, die sich da schon stapeln und schlange stehen? Weil sie mit den letzten Fahrgeschäften fahren wollen, die übster Aufregung versprechen? Guck mal, was da los ist. Wahnsinn, oder? Unglaublich. Was da für einen anderen herrscht? Jo, und dann machen aber die Betreiber fetten Umsatz. Ja, das ist die 2G-Regel. Herzlich willkommen in der neuen Welt. Ja, zumindest wird die Sicherheit fürs Nichtstun bezahlt. Ist auch ein entspannter Job.